Über diesen kleinen, aber feinen Lautsprecher möchten wir jetzt sprechen. Bei mir ist Gerrit Carstens. Gerrit, du weißt, was kann der VX-S3F? Ja, hallo. Der VX-S3F ist unser neuster Lautsprecher aus der VX-S-Serie. Das ist unsere Premium-Serie für den Installationsbereich und hierbei handelt es sich jetzt nur um ein spezielles, sehr kompaktes Modell mit einem 3,5 Zoll Breitbandsystem drin, der speziell auch auf einen sehr linearen Frequenzen eingestellt ist. Trotz dieses kleinen Woofers hat er den gesamten Frequenzbereich in seinem Spektrum und macht bis zu 105 dB bei 80 Watt an Schalldruckpegel. Da der Lautsprecher so klein ist, bietet er auch einen ziemlich großen Abstrahlbereich von ungefähr 150 mal 160 Grad. Das heißt, wenn wir ein verteiltes Lautsprecherkonzept machen, können wir hier mit relativ großen Abständen arbeiten. Es gibt hier in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal für den Niederohmbereich und einmal für den 100 Volt Bereich sind das separate Modelle und wahlweise gibt es sie auch in schwarz oder weiß. Ich wollte gerade fragen, gibt es verschiedene Farben? Das hast du schon beantwortet. Für wen sind die Lautsprecher denn in erster Linie gedacht? Auch hier gucken wir nach dem Hintergrundmusikmarkt, das heißt der Retail-Bereich, der Restaurant-Bereich, überall da wo man gehobene Ansprüche an die Hintergrundmusik hat. Super, vielen Dank für deine Information. Gerne.